hallo es ist soweit wir werden den ort aufsuchen an dem wir das erste mal ich werde auch im übrigen die tauchausrüstung anziehen und dann werden wir was ist das hier versteckt sich hier irgendwas okay wir werden losziehen und wir werden schauen was uns dort erwartet mal wieder wie gehabt dir ist kalt und du bist nass ja muss man natürlich relativ schnell hier raus hoffentlich wir machen wieder den gleichen fehler wie vorher moment jetzt haben wir wenigstens noch mal zwei sekündchen licht wir bauen uns jetzt hier in die ecke erst mal ein feuer quakeli quark und zwar schnell okay gut so zumindest sind wir schon mal hier und leben noch top wir frieren aber immer noch trocknetes fleisch großfleisch es war was ernsthaft ich fasse es einfach nicht so das wird ausgerüstet getrocknet der ist roh okay können wir hier gleich erstmal was essen obwohl wir nicht viel hunger haben aber ich will das vielleicht nicht länger mit mir rumfleisch nicht fleisch mit mir rumschleppen weil es dann tragischerweise nichts mehr bringt und das wäre zu schade hört ihr das das sieht ja richtig eklig aus mit der ausrüstung ich weiß dass die drecks fischer hier sind warum sind sie jetzt nicht mehr hier habe ich keine brandpfeile mehr wie kacke ist denn das na gut ich meine ich kann welche machen aber ich könnte warum sind die nicht mehr da okay wir können brandpfeile machen ich habe so probleme jetzt gerade okay trinken wir einmal ich glaube wir müssen weiter tauchen dann geht es weiter zumindest kriegen wir keinen du bist kalt dir ist nass gedöns mehr weil wir sehr wahrscheinlich jetzt tag okay ich habe es nicht gesagt sind wir jetzt da wo die fischer waren und mal wieder ein feuer bauen wir kommen anders nicht voran warum ist die musik so okay wir haben das geschafft wir sind echt da angekommen wo ich nicht hin wollte aber wo wir die to-do liste aktualisiert brauchen wir nicht wir sind an der großen tür reicht das nicht für uns das reicht nicht im ernst ich will hier nicht sein ah das geht wieder zu warum geht das zu ah ok es geht auf ok da sind jede menge leute jetzt ernsthaft ach die sind tot das erklärt betroffen habe ich musik ist sehr vielversprechend hier unten beziehungsweise die soundeffekte als musik will es schon gar nicht mehr bezeichnen ich weiß auch gerade nicht viel zu reden ist auch die erste die wir aufheben können alle anderen konnten wir nicht aufheben da lagen schon ungefähr 300 bibeln rum nächste die wir aufheben können was an der anders ist als an der anderen wissen wir nicht wir können auch feuerchen machen brauchen wir nicht seile nehmen wir ich wollte gerade sagen rostige axt gesammelt ja das haben wissen wir ja auch haben wir schon live gesehen so geschwindigkeit relativ wenig schaden im verhältnis zu dies schneller die blockiert nicht so blockieren tun wir sowieso nicht die macht mehr schaden aber die ist schneller ja ja ist mir lieber oh gott hier geht es noch weiter okay gucken wir uns aber das hatten wir auch schon mal also das wirkt alles natürlich sehr einladend hier ne aber irgendwie bis auf die axt ach dieser typ hat mich jetzt hier gerade voll erschreckt irgendwie habe ich das gefühl hier gibt es mehr aber wir haben schon alles durchsucht ne guck trotzdem noch mal hinter die zelte getränke ja das ist natürlich flair okay das ist nur glitsch würde ich sagen ach die kann man doch kaputt machen hier na gut dann dachte es werden die gleichen wie diese flugzeug schiebeteile und dann machen wir uns noch ein paar brandpfeile hier liegt alles voll wir kriegen massig brandpfeile so nein drei stück lang 1 2 3 zack ach jetzt tut er die wieder raus oder haben wir jetzt mehr ja doch jetzt haben wir mehr gemacht ist egal was ist das ja wie gesagt sauerstoffflaschen haben wir in massen dann zum notizbereich hinzugefügt da müssen wir ja gucken sonst steht es jetzt die ganze zeit hier ja gott wir haben wir haben eigentlich ganz hübsch gesammelt hier mittlerweile ne so würde ich sagen erkunde die unterwasserhöhle haben wir tote hülle feuchte hülle hülle der anwälte fehlt uns noch aber dann schwimmen wir mal weiter gucken mal was uns hier sonst noch erwartet oje du hast hunger ja machen wir mal ein picknick unterwasser wäre vielleicht auch was dir ist kalt auch das wäre schön gewesen wenn sie uns da einen speicherpunkt hingepackt hätten geht es jetzt hier nach oben hier geht es weiter ach Gott ich hasse sowas das kriege ich so ein bisschen so leicht klaustrophobische ich habe es befürchtet aber wir kommen jetzt hier raus ok feuerchen ganz wichtig hier liegen uns sogar haben sie uns sogar schon stöcke hingelegt richtig nett falsch auch hier bauen wir uns wieder ein feuerlein so und essen können wir jetzt auch was so ja wir haben ne axt und wir haben ne hülle erkundet das ist äh absolut großartig weil soweit ich mich erinnere ist nämlich jetzt hier schluss genau und wir haben nämlich jetzt das alles für uns aufgenommen für uns nur für eine axt ja früher war das irgendwie nicht so frustrierend ich weiß auch nicht ich finde das jetzt irgendwie ein bisschen dass es frustrierender geworden ist kann nicht erklären warum aber fühlt sich so an ok vielleicht kommt hier doch noch was du bist kalt und dir ist nass äh dir ist nass und du... nein ach lenkt mich am Arsch zum glück geht das nur in eine richtung wenn man hier unten jetzt auch noch irgendwie suchen müsste das wäre extrem kacke es gibt es also es ist die atmosphäre hier unter wasser ist wahnsinn das kann man nicht anders sagen aber die Babys waren jetzt weg vielleicht hatten wir sie doch getötet es wird uns wieder kalt es wird uns wieder kalt oh gott oh gott wie ekelhaft ist das denn ok wir sind im teich das ist der teich bei dem ich meinte dass wir da dass ich weiß dass es da noch einen eingang gibt aber wir müssen wieder ganz dringend ein feuer machen ähm ich bin schon wieder im falschen links bums bums das könnte jetzt unser untergang sein dass wir jetzt hier entdeckt werden während wir frieren hallo ich hab mich rumgedreht au beine au ah beine strecken frag mich ob wir die töten können wo sind wir denn auch gar nicht so weit waren wir jetzt gar nicht so extrem weit weg wenn wir jetzt noch ein bisschen zur linken Seite gehen können wir auch da ein bisschen noch die Insel erkunden da fehlt uns nämlich noch ein bisschen was an Map und wir waren relativ nah am Loch hm ok jetzt muss ich natürlich erstmal schauen in welche Richtung wir jetzt laufen weil das ist nämlich richtig falsch ne falsch so ist richtig ok das ist best dann gehen wir mal um den Teich herum und hoffen dass man uns hier in Ruhe lässt ich will jetzt aber nicht mehr ins Wasser das einzige was ich auf jeden Fall will wir metzeln uns unseren Weg hier durch und sammeln Blätter brauchen wir Eichhörnchen hatte ich gesagt wir brauchen Eichhörnchen ne ne wir brauchen äh Waschbär Waschbär und Wildschwein boah 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 das war ekelhaft jetzt oh sieht sie auch einen Hülleneingang ne ist das nicht der Teich wo wir unser erstes Lager hatten sogar ich glaube ja ne hier unten großartig großartig wir kommen hier auch richtig hoch ja hier ist unser unsere erste Feuerstelle wie romantisch ich will aber eigentlich da hoch sehr schön das passt wollte jetzt nicht mehr ins Wasser das hätte mich jetzt unglücklich gemacht so und wir halten jetzt immer schön die Augen offen Hase haben wir Moment das ziehen wir mal aus und einmal gucken in welche Richtung wir laufen weil ok ja ne das 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 passt das scheint das scheint das scheint das scheint zu passen so würde ich sagen hübsche Aussicht Waren wir hier schon mal das kommt mir echt nicht gerade bekannt vor Ich glaube hier waren wir noch gar nicht ne ja ist ja logisch aber ich habe ja gesagt wir gehen nach Westen weil wir da noch nicht waren ah doch dahinten sind die� Container dann gehen wir mal da hinten Wo sind wir denn jetzt? Was ist denn da los? Wo kommen die alle her? Stehen die da voll gemütlich vor einem? Ich glaube es hackt. Bisschen mehr Ausdauer haben wir aber inzwischen, gell? Habe ich so das Gefühl. Lasst ihr mich? Okay, die scheinen mich in Ruhe zu lassen. So, da ist noch ein kleines Dörfchen. Da gucken wir natürlich auch mal. Aber ich glaube, ich weiß welches das ist. Rechts, da waren wir schon, ne? Ja. Das ist okay. Und da links entlang wollten wir gehen. Da waren wir nämlich schon. Da sind wir einmal aus der Höhle rausgekommen. Da müssen wir nicht nochmal extra hin. Aber ich will hier vorne das Totem kaputt hauen. Vielleicht ist da Alkohol drin. Nö. Ach, gucken wir nochmal, was soll's. Vielleicht können wir hier speichern an einem der Zelte. Ja, können wir. Och, und wir können sogar Pause machen hier. Denn es sind schon wieder 20 Minuten rum. Unfassbar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch mal wieder eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, was es da hinten mit diesem Gehütz da auf sich hat. Wir stellen uns mal à la König der Löwen hier schön hier oben drauf. So. Ah, weiner. Sorry für den Hörsturz. Wie gesagt, Arztkosten gibt es bei mir nicht einzureichen. Macht's gut. Ciao, ciao.